Wenn ich mich auf einen Sustainability Aspekt fokussieren müsste, dann wäre das die Inklusion. Ich denke mir einfach, wenn wir Digitalisierung nachhaltig denken, gerade angesichts demografischen Wandels, der zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft und auch dem schwindenden Vertrauen in die Systeme, dann ist das ganz wichtig, alle mitzunehmen und niemanden zurückzulassen. Das beziehe ich als Vorsitzende eines Unternehmensverbandes natürlich auch auf die Unternehmen. Denn was passiert, wenn es Unternehmen gibt, die ganz weit vorweg gehen mit Nachhaltigkeitsleistungen, mit Nachhaltigkeitsberichterstattung und allem, aber ihre Auftragnehmer zum Beispiel nicht mitnehmen oder ihre Wettbewerber. Und wir brauchen einfach ein großes Feld, was sich für nachhaltige Entwicklung engagiert. Deswegen inklusive Digitalisierung ist nachhaltig.